Wir sind unterwegs in einem lawinengefährlichen Gelände, machen da den Griff, entsichern wir praktisch, machen da den Klettverschluss auf und dann, wenn ich sage, auf die Plätze, fertig, los, nimmst du die rechte Hand bis rechts, rechte Hand, man kann das ganze System umbauen auf die andere Seite, für den Linkshänder, ziehst du da einfach einmal mit einem gescheiten Ruckhahn. Alles klar? Ja, ich gehe mal auf die Seite, das reißt du mich auch um. Na toll, ich behalte, Handy eingeschalten, auf die Plätze, fertig, los. Das sind 170 Liter extra Volumen und das begünstigt dann einfach das Aufschwimmen, weil du ein größeres Volumen hast, in dem fließenden Medium Schnee, das ist wie Wasser. Sobald du eine große Oberfläche hast, ein großes Volumen hast, treibt es die auf und hoffentlich beim Stillstand mit der Lawine, legst du oben auf. Und das ist das Zeug der Konstanz. Vielen Dank!